Oh, yeah, yeah, oh, what a night. It's lady night. Kadas Welt. Kada kommt ins Haus. Hallo. Und mit ihr der Glamour. Wie heißt sie nochmal, die, was sie im Reich kennt? Äh, ich kann mir den mal... Kader oder Kader oder irgendwie so. Und wie heißt der Name noch? Kada. K-A-D-A. Als Dame des Hauses begutachtet sie ihr neues Reich und die damit verbundenen Typen. Hier auch, hä? Ja, Kader, auch hier ist deine Kamera. Da musst du dir schon etwas einfallen lassen. Aber wir warten ja nur darauf, dass ich hier die Hüllen fallen lasse, ne? Warum? Ja, weil ich so dick und hässlich bin. Wir würden mich gerne mal in deine Unterwäsche sehen. Na, davon kannst du mal träumen. Damit das auch wirklich so bleibt, geht es zum Umziehen ab unter die Decke. Einfach zufriedenzustellen ist Kader nun wirklich nicht. Sie ist halt eine echte Lady. Beim nächsten Mal bitte ich dich um ein Smoking. Haben wir uns verstanden? Bitte keinen Krach. Ähm, Ihren Salat, darf ich abräumen? Nein. Bitte? Der klickt nicht so da. Nicht in ich Form, ne? In Sie Form. Wenn es geht. Alles, was banal rumsteht, können Sie bitte abräumen, ja. Was ist mit diesem Platz? Kann weg. Hat jemand von euch eine Taucherbrille mit? Hm, 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 hm. Nicht ein Taucherbrille, wenn du was brauchst. Nein, ich meine, falls ich duschen sollte, damit meine Wimper nicht nass sind. So, geil. Nicht alle können sich mit Kaders sonderbarem Verhalten anfreunden. Im Moment kommst du für mich jetzt persönlich, ohne dich jetzt brutal anzugreifen, sehr spießig rüber. Die Lady, da kannst du eine Million geben im Jahr, der dann im halben Jahr eine Handlung Schuldmund sein muss. Aber die lebt ins Haus und Braus. Aber Kopf hoch, Kader. Eigentlich lieben sie dich doch. Ähm, was ich ganz schön finde, ist bei dir eine Art von einer Person her, ne? Was ich vorhin schon meinte, diese Eleganz. Die ganze Bewegung so bei dir, das sieht aus wie Tanzen. Kata? Ja? Wie sieht denn so dein bestimmter Traummann aus? Was muss denn da haben? Also der Körper ist schon für mich sehr wichtig. Der Mann sollte beharrt sein, ja. Von oben bis nach unten. Die wird aber auch immer offener. Ja, Kader, du bist schon etwas ganz Besonderes. Du bleibst dann mein Fatschen.